Wurden Sie ein Gott zu einem, als ich die Welt gewählt habe? Das ist die und mich, die Gestalt aus dem Vorder. Wurden Sie ein Gott zu einem, die ich verschmetten, die ich nicht mehr sein muss, ich habe mir ihn gedreht, und in einem, die gleiche. Wurden Sie ein Gott zu einem, die ich nicht mehr so verabschiede, dass ich nicht mehr so verabschiede, dass das Gott nicht mehr so verabschiede, Und wir haben einen Führer, der vielleicht viel Geld hat. Und er sieht nicht weiter. Und dann kommt der Papa und sagt, Hey Papa, mir fehlt noch eine neue Kuh. Mir fehlt noch eine neue Kuh. Und ich weiß, die kostet mir die Kuh. Wuscht mir die Kuh für heute. Hier, sagt der Papa, ich kaufe dir hier eine neue Kuh. Bloß du so ein paar Dinge, du so ein drei Dinge, was du so fährst. Nummer eins. Du sollst eine sehr bessere Qualifikation haben. Du sollst eine neue Lehre. Bring dir ein bisschen höher. Nummer zwei. Du sollst anfangen, alle die Bibel zu lesen. Ich mag deine Bibel, du sollst nur sagen, du sollst dich, nimm deine Bibel, lese dich. Beschaff dich mit der Bibel. Nummer drei. Du hast ein bisschen langer Hoh. Du hast die Portfolio, die die Hoh aufschneiden. Wenn du dort drei Jahre nachkommst, hast du ihn nicht gekocht. Der Junge war wach und sagte, Du, ich kann nicht mehr schaufen. Das wird schaufen. Nicht langer Zeit nur dem. Gracias. Dann moigt der Papa dort zum Morgen, ins Haus, der Junge hat sich eine Bibel tun, der lest, und er beschafft sich mit, was er in der Bibel sagt. Und er ist eine Frau, sagt er, das schafft. Ein paar Monate nur dem, bringt die Jungs in die Qualifikation, das ist eine Haus von der Schule, und es sind ziemlich viele Hecher. Der Papa wollte, streng sich in die Schule an, und er kämpft wieder, er lest die Bibel, die Qualifikation bringen die Hecher. Und nachher stößt er, er kommt, er sieht nur den Papa, und er sagt, und er sagt, er sagt, du hast noch lange her. Sie sagt, der Junge, weißt du, während ich die Bibel nahm, und ich los, dann hab ich gelesen, du, das sind mehrere Männer, göttliche Männer, fernlich christliche Männer, in der Bibel, der hat noch lange her. Sie sagt, der Papa, das stimmt, das hab ich gelesen, aber jetzt jeder einer von dir jenkt, mit der Faut, aber mit dem Börer, nicht einer von dir hat eine Kuh. Da wird wohl, und den Führer nicht alles mit entscheiden. Von dem haben wir Führer stark, felicidades, por cierto, ustedes Papas. Ich kann hier ein Karte, die Dixie, wo mich Janka zu lesen. Und das ist Spanisch, ich guck dich verstehen, wer versteht nicht Spanisch? Schiff mal runter. 2, ich wollte proben, Karte über Seiten, und Nudem. Das heißt, es geht. Ser Papa, es ser, un modelo a seguir. Un modelo, de integridad, moralidad, incondicionalidad, para sus hijos. Educándolos, en valores. Principalmente, con su ejemplo, el cual es, la mejor enseñanza, para ellos. Ser padre, es un compromiso de amor, incondicional. Sin embargo, ninguna respuesta es suficiente, para definir, lo que es ser padre. Ya que la paternidad, involucra, todos los aspectos, de la vida, de un padre, y determina, todos, en la de sus hijos. 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 Ich in meiner Familie will den Haaren däunen. Und das ist eine kleine Worte, die mir abholt, wie ich auf den Falschen bekomme. Ich sage nicht, ich in meiner Familie will den Haaren däunen, wenn dort meine Gruppe däunen und meine Eltern däunen, und dort, was sie mir angebracht haben, und dort, was meine Schmerzen däunen soll. Ich sage nicht, ich will den Haaren däunen. Ich sage nicht, ich will den Haaren däunen. Dort gehen wir nach unten. Diese jäte hier däunen, was sie will, dort sind wir, dort geht es däunen. In dieser jäte däunen, dort sagt man, dort däunen viele von ihnen, dort werden wir däunen. Dort sind wir däunen. Aber ich sage nicht, das werden wir nicht. Ich wollte hier verschiedene Optionen. Und bei meiner Familie will ich den Haaren däunen, den Gott Israels, den Schöpfer vom Himmel in ihr. Und was mir interessant ist, wurde mir gesagt, wenn Jesus in seiner Pfanne war, er sagt nicht, ich will sein, dass meine Familie auch war. Ich will sein, dass meine Familie auch war. Ich will sein, dass meine Familie mitgetreten, und ich will sie nach dem Morgen in der Kirche schlafen, und ich will die Kirche informieren von dort. Er sagt, meine Familie war auch. Und dann sage ich mir, dass Jesus wie ein feiner Pfuder. Jesus wie ein Pfuder hat ihn besorgt an seiner Familie, und er weiß, dass er verschiedene Gebote für die Jugend, verschiedene Gebote für die Kinder, für das Frühjahr, und es gibt verschiedene Optionen. Aber er weiß, er hat seine Familie gelehrt. Mit dem Wut Gottes. Diesen war ich zu gehen. Wenn er heute als Lehrer von der Familie ging, dann würde er hier rumkommen. Dann würde er den Weg gehen, wo er heute ging. Und er übernimmt sich dort, im Publikum zu sagen, meine Familie kam dort. Ich wollte. Das mag nicht. Ich mag das nicht. Über die Wahl. Die Wahl hat kommen. Woran? Wenn er hat einen Pfuder gesäunen, der hat einen Papa gesäunen, wo er absteht, der Lehrer, der steht ab, wo er erreicht ist, und er sei dort, mit meinem Papa, der waldepaste. Ich wundere mich, ich kippe viel ab, nur große Männer in der Bibel. Dieser Männer hat viele erfüllt. Er hat einen Hero für mich als David. Das sind große Männer, die die abstehen und portierende Pflecher sind. Ich bin auch gerade. Ich sehe hier schon ein paar von euch, dass ich wieder mit der Botschaft mache. Ich bekomme, ich kippe hier auf, ob die da einen von jüngst. Besonders von hier oben. Aber ich habe zu sagen, dass die alle abkippen für mich. Das wäre ein Spaß. Wie sonst. Ich habe heute gelacht. Ich kippe an, nur diese große Männer von der Bibel. Aber nicht ein von diesen großen Männern dort wären fehlerlose Männer. Dort wären Männer und dort fehlermühe. Dort wären Männer, wo er auf einmal seine Säure besiegt staubt. In der deutschen Dinge wird Gott nicht gefallen. Aber wenn wir immer in der Welt treten kommen und sagen, weißt du was Gott? Ich habe gefehlt. Ich habe gesinnigt. Wir kippen die letzte, wir haben im Sinne in Samaria's Kluxas ein paar Mal die Männer gebetstöre. Du kippe David ihr Leben mal durch. Und David und Saul ihr Leben vergläht. Da wären zwei Männer, die Gott gewählt hat. Vielleicht schmiert ich Ihnen auch eine Botschaft. Ich habe gesagt, ich habe das gemacht. Aber da wären zwei Männer, die Gott gewählt hat. Gott wählt Saul und er sagt, die, weil er kann, und du sollst gehen aus der Leder von der Familie. Du sollst ein Volk lernen. Und dann denkt er, er hat eng von Gott sein Leben, von Saul sein Leben. Was sieht Gott? Das ist der Samuel, Kapitel 7, ungefähr. Sag ich Gott, diesen Mann wird niemals mehr sein. Den habe ich verlohten, den habe ich den Regen gedreht. Und Samuel steht und ruht wegen diesem Mann und sag ich Gott, den habe ich den Regen gedreht, den habe ich den Regen gedreht, den habe ich den Tag, den häng ich dir, und geh mal vorwärts. Und Gott hat ihn gewählt und hat ihn gesagt, aus dem Lehrer. Und dann geht Gott nur David und sagt, ich will die aus dem Lehrer haben, und dann steht so seine Städte. Und dann geht das Leben dahinter. Und auf jeden Fall hat David sein Leben. Er hat auf den Markt begonnen, wie ein Hebräer, hat verschiedene Däume er getan. Und dann geht Gott immer sein Leben neben und dann sagt, du weißt du was, das ist ein Mann noch mein Hort. Den gefällt mir. Das ist ein Mann gleich. Und dann sagt, wir sind gut an Apostelgeschichte, Luther. Diesen Jahren Luther, dort sagt, dein Mann David, den ihr folgt mir. Und dann beginnt wir uns diese beiden Männer, wir werden das Lehrer, Lehrer von der Nation, Lehrer von der Familie. Wurden sie Gott zu einem, als ich die Welt gewählt, das ist die und mich, angestellt aus dem Futter, wurden sie da zu einem, die habe ich verschmerzt, die werde ich nicht mehr sein, die haben wir ihn gedreht, und in den anderen, die gleiche. Wie wird, wenn David so viel beten wird? Wie wird, wenn David so viel perfekter wird? Hat David keine Fehler gemerkt? Oder wird gesagt, Gott könnte David sagen, wie ihr fällt mir? Aber bisher, dort hat ein schlechtes Leben geführt, da hat viele Städte. Und wenn ihr die Geschichte woher in der Land kicken und ein Einzelwissen entkicken, wo ihr morgen, der Unterschied zwischen diesen beiden Männern war, dort soll, hat ein Stolz das Hort, und ich schicke dir auf, das sagt, was ich kriege. David, mein Sohl hat ein Stolz das Hort, und er hat einen Fehler gemerkt, dort soll, wenn es heute soll abverbringen oder nicht soll abverbringen, da hat ein Stolz, dann kommt Samuel und sagt, worum hast, und dann sagt er, wen dort Volk? und wen gerne? und wen meine Früh? und wen meine Hege? und wen doi? und wen Dirse? Du wen kommt nicht? Und er hat einen Stolz, und sagt er zu Samuel, wenn es sich schon in der Hurt, ich wollte Gott Leadfernung dann hat mich verloren und du willst meine Menschen hier, das dein Geld an sein. Ich weiß, dass Gott nicht mehr von mir aber du willst meine Menschen Und die werden so sein Leben beschicken. Die ganze Zeit von so sein Leben. Dann schickt die Emma, wenn heute einen Fehler gemerkt hat, dann sagt die Emma, ich weiß, ich kann es nicht. Aber wir gehen, wir gehen in die Frühwesen schleichen, ich kann ja in den Volk, ich habe Angst, und wir gehen dort und wir gehen. Immer die Schuld zu haben. Dann beschicken wir David sein Leben, das ganze Leben lang. Dann haben wir ihn dort gemerkt, dass er von der Frau in der Früh genommen hat. Und dann kommt Samuel an und sagt, du weißt, du hast den Schub gestohlen. Wie hast du den Schub genommen, während du den Schub genommen hast? Wie hast du das versinnigt? Und David schaut in sein Leben an und sagt, nein, ich kann es nicht tun. Und dann hat er leicht zu sagen, weißt du, meine Früh, ich helfe mir nicht, was mir fehlt. Nein. David dreht sich drehen. Und Gott hat eine Strufe über das Volk gebracht. Und dann sagt er, weißt du, Gott, du hast ihn nicht versinnigt. Du hast ihn nicht. Nicht meine Früh, nicht meine Kinder. Seine Kinder müssen sterben. Dann sagt David, weißt du, Gott, verscheu ihn. Du hast ihn nicht versinnigt. Ich habe versinnigt. Ich habe versinnigt. Ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Ich habe es getan. Und so wird er durch das ganze Leben. David nimmt die Verantwortung an sich selbst. Und er braucht nicht alle Menschen die Schuld zu geben. Und er hat eine Hand gegeben. Und er hat eine Hand gegeben. Wenn er sich versinnigt hat, dann sagt er, beschuldigt er nicht ohne Menschen. Nein, die Schuld gab es selbst. Und er ging vorwärts. Und so steht in Oktober, dass wir ihn in deinem Alltag haben. Und dort wird Gott gehen. Studiert er die Geschichte? Ich habe gesagt, ich habe nur David. Und der nächste hier sagt, meine Familie kommt hier an. Und meine Familie geht hier an. Wenn wir anfangen, wenn Gott den Menschen merkt, dann wird er nur Adam und Eifer im Garten. Gott hat ihn dort hingestellt. Und was wird Gott sein Plan mit diesem paar Lied? Sein Plan wird eine Familie anfangen. Von diesem Tag habe ich eine Mannschaft. Das war das nächste Mal. Ich habe eine Dame in der Mannschaft. Ich habe dort die Demokratie gemacht. Wie diese gay- und lesbische Sachen. Und er macht einen Stuhl für ein Reich. Und er macht einen ein, zwei Mann aus einer Familie, zwei früh aus einer Familie. Das ist eine gute Sache. Aber für morgen früh in Kenia habe ich niemals ein Brück wie ein Abstuhl. Das stimmt selbst Gott ab. Und ich sage dir, ich will das Wort, dass wir eine Familie haben. Morgen früh in Familie. Morgen ist der Lehrer, das nicht mehr wird. Und ich habe noch einen Stier. Und ich sage dir, ich sage dir, ich nehme die Lehrung. Dann stelle ich in der Früh an. Und dann sagt der Mann, ich komme nicht alleine, ich kenne dich vorab, ich sage dir, dass du dich schmatterst. Du bist glücklicher. Dann stelle der Mann in der Hauptbahn in der Hand. Und der große Schüttere wurde, das war mir selbst interessant. Dann sage ich dir, wenn wir drei kicken in der ganze erste Schrift. Wir meinen, es bleiben immer in der Früh an der Hauptbahn und wir kicken jetzt an. Das ist mit den Schreckpengel. Ich habe nie so gedacht, ich habe mich nicht wenn es nicht so sei, wenn du früh anst. Und wenn wir drei kicken in der alten Schrift und dann, es fängt wie du abstehst, das hört sich so, aus Gottes Stall, den du hast, aus dem Hauptbahnhof, der Mann, der wird in der Schwiegerie, und der König nicht schickt, den Superhero, du hast, den Mann, er schickt. Das ist dort, darüber, diskutiert. Und beim ersten Mal, in Kapitel 2, Vers 8, durch 4 und 20 Uhr, sag ich dort, Gott schuf morgen früh, und dann sagt er dir ein Wort, wir haben Känger. Wir fällt ihr. Wenn das vor einem Monat den Doktor sehe, nicht? Ich weiß dir nicht, der Doktor sehe, die sollen nicht meine Känger haben, dann sagt er, ich weiß dir nicht, in der Bibel, die sollen ihr fallen. Ja, sagt der Doktor, dann weiter, ich weiß nicht, ich habe dir lange geschrieben. Das ist doch nicht. Du bist ein Mann, früher, das wollte ich auch kennen. Aber das ist ja, da hängt ja, Gott will Familie bewegen. Gott hat das Ziel, Familie zu haben. Das war die erste Mal, 2, die erste Mal 2, 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. Du hast ein ganz interessanter Satz abgeschrieben, wo die Kinder sich selbst verhüllen, wo die Männer sich selbst verhüllen, wo die Frühe sich selbst verhüllen, die Kinder ihre Eltern gehen, wo die Eltern nicht gehen gehen. Du hast ein Schmack ganz interessanter Satz. Lest doch mal. Habt ihr vielleicht niemals gelesen? Sei ein Fan. Gott ist ein Ziel dahin, wie er, nur immer feiert diesen Jungen, dann haben wir Familie Bühne. Familie Bühne. Hahn. Fahrwärts bringen. Und heute schreibt Schmack ab, wo du geschaffen soll. Dort sind wir da. In der großen Geschichte, das ist eine ähnliche Geschichte vielleicht, über die Sahin, das ist eine wörtliche Geschichte, und es ist eben 40, wie ein großer König in Berlin, in Deutschland. Und dann machen wir ein kleines Experiment mit Kinder. Und heute, die erste Kinder, die wir in Grosz haben, haben eine Stunde. Vielleicht wenigstens, wenn ihr sagt, die Mama nicht, du ja. Und heute, die Kinder in die Stunde, heute, die Kinder in die Malk, reine Kleider, die Ferne, wo man steht, wo man da ist, alles, was die Kinder fehlt. Die Kinder in die Stube haben, der wird Schmack besorgt, die Kinder fehlt und nichts. Das Einzige, was die Kinder nicht reden, du willst gerne, was den Ampfot, was die Appapachare, die Klappern, die Ampfoten, du willst gerne, was die Leute weißt, du willst gerne, was man die Vertrauen, und alle Leute, wenn die dann auch ganz klein werden, die reden, du willst essen, wo man steht, in der Tag, in der Ferne, in der Bad, und du wirst nicht jünger. Aber die reden nicht das Familienleben, das ist ein Leben von der Familie. Und das sage ich, dass jeder einfach, dass ich jünger starb, wenn es dir noch mal so jung wird. Und die reden, da rein alles, was dir fehlt. Doktorliche Hilfe, essen, alles. Du fehlt was? Du fehlt das Familienleben. Das ist ein Leben, das uns hier, das einer für den anderen durchsinn. Woran? Wenn dort, wird Gott gedacht, wo das Leben soll sein, auf dieser Welt. Wenn du ein Buben, stahl dir die Männer an, dann sagst du, das wird es so sein, nicht Mann, nicht Futter, nicht gut, nicht laden, diese Familie. Nicht bring dich vorwärts. Nicht sagst du noch, dass diese Familie glücklich durch diese Welt kommen, und dass sie einfach bei mir im Himmel sein. Das wird Gott sein Plan, wie er von Anfang an mit Familie. Nicht bloß für Christen, auch für die Nichtchristen ist Familie wichtig. Und ich schaue im Internet eine Inquest an, wo die nichtchristen sind, und wir wissen, warum ist Familie für dich wichtig? Und wir wissen, dass sie nichtchristen wurden und wurden. Und wir sagen, Ola, wenn du nicht gesellt sind, du nicht gerüren, wenn es fehlt, du sind die Familie für mich, du freust mich ungenommen, du nicht lieb, weil ich mich dort in die Welt benehmen soll, dass wir ein paar Dinge, die von diesen, wichtig sind. Und die Menschen sind nicht vorig, wenn es nicht geht, dass sie keine Familie abwärts. Ich habe jungen, dass sie auch mit den Kindern geschaffen haben, abwärts, wo es 20 Familien sind. Und jetzt die Wundern, wo ist es? Die Kinder sind nicht bang, dass die Mama mal wieder in die Höhe kommen, dass die Mama mal wieder herkommen, dass die Vater mal wieder hier sein wird. Du fehlst. Familie ist nur Gott im Blut. Familie ist der Blut, wo wir gefarmt wurden, wo wir reut gemerkt wurden, wo wir gebührt wurden für die Zukunft von dieser Welt. Familie ist der Platz, wo wir unsere Werte, unsere Valores kreieren. Wo uns gelehrt wurde, stuhlen ist nicht reich, liehen ist nicht reich, dort merken ist nicht reich, dollen, wenn ich keine Heimat habe, ich habe mir einen Bruder geben, ich will diese Dinge lernen. Familie, dort ist, wo ich leere, und nachdem, wo ich ihn annehme, wo der andere steckt, das sage ich. Ich habe meinem Bruder denken, das verschieben. und ich will den auch nehmen, ich will diesen in Hörchen und in den Sinn, hier doi. Familie ist der Platz, wo wir uns leeren, einer den anderen zu verteidigen. Wo wir uns leeren, eine Stunde für meinen Bruder, für meinen Gesäster, für den Nächsten. Familie ist der Stil, wo wir uns leeren, zu streiten. Das will ich nicht sagen, Denke ich an, ja? Gut nicht. Streiten, man hat noch geleert, das will ich gewinnen, und ich habe das nicht. Streiten ist nicht immer auch reich. Ich weiß nicht, man hat die Lehre, ein Stuhn, für den Glauben, für den Glauben, für den Glauben, für den Glauben, in der Welt. Das ist eine doll, verstehende Version, das ist eben von der Bibel. Und ich gehe ein paar, ein paar, drei. Dort, jemand hat mir zwei Personen verteilt, und ich sage, weißt du, Jesus wird ein Sender. Und ich verteilt damit zuerst, wenn man sagt, ja, Jesus hat sich verschleiftet, und ich weiß nicht, dass Jesus wird dir. Das sind eine doll, verschiedene Version. Und wir machen, dass die Kinder lernen, streiten, in einen Stuhn, für den Reichen. Nicht, wo es B geben. Und wenn ich was Glauben, dann stuh ich in, für dort. Und ich höre dich. Und ich lebe vielleicht mit Sein, dass du da raus bist, und es steht da rausgehe. Ich streite für Worte, und ich bleibe dir. Wenn du da bieten, seien sich Jesus wie ein Sender, und ich glaube, Jesus wie nicht ein Sender, weil okay, dann hat dich vielleicht reichen, dann gebe ich dir. Nee, ich gebe nicht, ich streite für Worte reichen. Ich streite für Worte, wo er das ist. Und das macht wie Jesus in der Familie leeren. Aber rechter war ich. Und ich Vorbild war ich, wenn die nicht stehen. Du lebe, in der Familie, wo du schauf. Auch Dinge, die sind nicht immer schon, du lebe im Team zu arbeiten, du lebe, zu verteilen, du lebe, zu leben, du lebe, wenn man sich jacht hat, war er fried, zu merken, war er gut geworden. Und zwar der eigentliche Wort, man muss verschieden denken. Und du lebe, basicamente alles, was wir brücken, an uns Tag kommt für das Leben, dort wo wir überleben, dort bieten in der Welt. Wie durch einen Sturm, durch einen Bott. Das ist ein kleines Heim, ein kleines Quartel, wo wir Soldaten reinwerken, zu merken, an der Welt entscheiden. Und das ist ein Wort, weit in der Kirche, was du sagst. Du lebe, zu ruhen, du lebe, einer für den Ohren zu beten, du lebe, an uns ohne zu treusten, und du lebe, einfach an uns heute merken, für das ganze Leben. Und das ist eine ganze Sache, auf Gott, sich gedacht. Aber wir seien noch ganz von Anfang an, wenn Gott sich gedacht hat, und ich habe gehofft und seien, wow, das ist so ein Gott, was ich gedacht habe, dann wird das Wort, wird das Füß gegenstehen, und wird das Wort. Wer war es? Der Bösefiend, der Sutton. Der stöhnt zu gehen, und er sagt, das hat Gott gemerkt, das wird fern schoffen, das wird Fried bringen, über die Welt, wenn er das schafft, du warst, und er hat die Welt, dort wird es nicht schoffen. Dann hat Gott noch mal bloß ein paar Lieder geschofft, und wir haben nicht mal die Familie, und wenn er so und sagt, was ist das Ziel, woher wir, in was geht er dann? Dann schickt er, ich bin da, wenn er nicht näher, wie in der Blüme oder in der Bär, und er will, und boom, und er neun ist die Leute von dir, und dann kommt Gott, und dann sagt Gott zu Adam, oh, die ist Lehrer, die ist Mohn, die hat du angestellt, und hier ist von Schäufe gerannt, und wo wirst, was hast du getan? Und was sagt Adam dann? Da hat er dort, wo David reden, weil es, ja, er kam nicht abgepasst, er kam in die Früh, und er ging dort hin, und ich habe dir den Fehler gemerkt. Adam weiß, mit dem Finger, er ist beschuldigt. Und was passiert? Er darf mal eine Hand abheben, die uns befriedigt sind. Wann geht ihm ein Partner beschuldigen, bietet ihm eine Relationship später, dann muss man eine Hand abheben, wie er da hat. Da hat es? Ich glaube nicht, so. Wenn er beschuldigt, und er sei die beste Schuld, dann schieft er immer sie in den Neuen. Und das wurde dual deutsch. Die Souten braucht bei Adam, und er hat Familie leben, zwei zu mir. Dann kommen wir ein bisschen wieder, mit ihrer Kinder, kein, ein Abel, zwei Bräuter. Und was bedeutet? Perkere Souten, nur man, ein Bruder mögt den anderen dort, und was bedeutet? Familie bieten, oder Familie zwei zu berieten? Familie zwei zu berieten. Unbedingt. Dann kommen wir wieder, mit Salomon, und du tust, Menschen passiert alle Souten. Dann sind wir bei Salomon da, ein weser großer Mann, aber eines kann er da früh nicht hochladen, dann kann er ja noch nicht, dann du nicht, dann hat er da eine ganze Klappe früher, und dann wird er da. Frühjahrs. Dann wird er da. Das ist das originale Familienleben, was Gott geplant hat, in zwei Milliarden. Das brachte das wieder weg. Dann kommen wir bei David, dann ist einer nachher am Tag, dann setzt er den Uberschadur, dann holt er sich da, und wird er da. Das originale Leben, von der Familie zwei zu berieten. Und dann kommen wir mal, vor diesem Jahr, drei hier bei uns, oder wieder, dann sagt der Registro Zivil der Regierung, weißt du, was Gott sind da und, wenn er nicht vorig warst, dann merkt er bloß ein Papier, schrieb dort durch, schäde, hast ein Schädebrief, dann sind es vorig. Das ist ganz leicht. Was der dort? Das ist das originale Leben, von der Familie zwei zu berieten. Drei mehr. Dann kommt ein paar Tür, wo uns Geld liegt nicht mehr, dann wird uns ein Bild, wann wir Bad wurden schäfen, der Früh und der Morgen. Dann können wir die Kinder erst, und das können wir abtragen, oder die TV. Dann wollen wir verändern eine Familie leben haben. Und dann haben wir doppelt das Geld, durch, und die Kinder haben ein TV, ein Tablet, ein Fond, und die Kinder haben sich selbst belegen, und die TV sagt, was sie essen, und was alles. Dann wollen wir eine Familie leben haben. Aber dann wollen wir eine Familie bereiten neuen. Wir dachten, wenn wir mal Geld haben, dann bereiten wir einen neuen. Das schafft nicht so richtig. Dann haben wir eine Regierung, die sagt, durch verschiedene Dinge, Abortion ist legal. Weiß wegen, der hat eine Wegehand, nichts soll, wird das Freeladen. Und was ist das? Das originale Familienleben? Verbrechen. Dann haben wir diese große Marsch, und diese große Pflaume, Regenbär und was auch immer, und was erinnert. Das originale Familienleben verbrechen. All diese kleine Dinge, das sind Dinge, wo die Souten sich auf die Idee gedacht, wo die Familienleben verbrechen. Und du hast Gott die, in mir, aus Männer, was du wollen, in Mannes, nicht alle, wie Kinder, kennenhaft sein Männer. Wo ich das von Ihnen reden. Wo uns aus Männer hat Gott die Hand gestellt, und sagt, das soll die Proben in Ordnung zu halten. Das hat nicht alle verkäbelt. Das wird nicht alle verbreitet. Du bist ja jemals verantwortlich. Und da wird nicht rum, und sagen, wenn du fernschöpfen, überweist du mich nicht früh, überweist du mich nicht hin, überweist du die Regierung, überweist du ja. Nein. Gott sagt, du? Nein. Und wenn du wirst, dann wird ich dafür sorgen, du wirst schaffen. Du bist ja, wie ist Männer verantwortlich für. Das ist nicht leicht, aber jetzt schau, nicht, Männer? Aber ich bin schnell zu reden, das soll ich schlafen sind, Weil Klimasen hat er. Wir sind Männer sind verantwortlich dafür, dort wird geliefert, wo man mit diesem großen Sturm, mit all dieser Schwerer, wo die Welt ist, das originale Familienleben geliefert. Dort steht in mir, als Mann, in der Abgeordneten. Es hat leicht, lang nicht. Merken wir Fehler? Säuerfehler. Säuerfehler. Jettot, mit Gott seine Kraft, unbedingt Jettot. Wo du wirst, wo du wirst für mein Leben hilf? Du bist ja ein Paar, wenn ich mir eine Frage mit weichbringe. Ein 5. Mose Kapitel saß, versäßen sie, und vielleicht euch auch, du hast eine Klage, du hast ein Wort, das wir viermal für ihr. 5. Mose Kapitel saß, versäß, vorher hat Gott ihr gesagt, oder die Gebäude gegriffen, und sagt, leib dir Gott von ganzem Horten, in so einer Sache. Da wollte ich nicht wohl übergehen. Aber dann versäß, sagt Gott, der hat folgt. Dieser wird, der Erkund von dir gebt, soll dir nie nicht vergeben. Schaut dir nicht hin und ab mit dir, red von dir, wann ihr in ihrem Haus sitzen, wann ihr reißen, wann ihr ihn durchleihen, wann ihr abstehen, bringt euch eine Hand auf dem Zadel, und an der Stirn und an den Hängsel und schreibt euch an jene Dären die Rechte und habt dort Purt von der Stadt. Woher wir an sich hängen, an dem Mädchen von das, alles, was von dir in der Welt passiert, aus meiner Reichläden. Und an unsere Familie wählen sie es, so ist Jesu, als sie in der Familie hängen runterkommen und sagen, wie wählen den Haaren daumen. Das ist vielleicht ein bisschen empfindlich, aber das wurde gleich, wann wir das unwarnen. Dass ich Gott sie in Wurt nirgends haben. Zum Beispiel, wann die Abstand sagt er, red davon. Zum Beispiel, wann die Schlupen ging, red davon. Kommen wir das noch? Die Därenfläche, oder? Eigentlich. Ich bin so gekaut gekommen, ich habe wie gefehlt mit dort. Ich habe das lange nicht einmal getan. Aber das wurde gleich, was die Sache ist, was die Familie bei uns ist, hängen runterkommen. Dann sagt er, na, wie wir reisen, wann die Feuer und verteilt davon. Und dann fuhren sie mit Brüder, Schönen, Pieden, oder was auch immer. Von der haben wir ferngekoren, wenn wir still sind, airconditioned, das soll nicht schwor sein. Hängen wir eh jetzt reden. Von Gott in Wurt, und sie können abschorten. Bitte, kein Ding für jeden. Von der haben wir von uns, Tablets, DVD-Players an der Coa, und haben nicht Kito für, wenn ich hänge, sind gerade mit Videogames und Movies hier, nicht? Und heute denke, was das ist, man braucht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist klar, dass wir dort sein, was Jesu seine Familie hat, und heute wird es sagen, viele Menschen, ich glaube, meine Familie kommt hierher und das ist kein Twiebel. Das ist, wenn wir das tun, wenn wir uns vorstüllen und Gott sind Wurt, wenn wir uns abgestüllen, vor der Welt von dir, und es ist anders. Wenn ihr alle glauben, das ist normal, das ist normal, das ist normal, und all diese Dinge sind normal, wenn wir das bloß annehmen, Jesu ist nicht normal. Ich hole mich an Gottes Wurt, ich hole, und ich höre, was die Bibel sagt, und ich würde das leiden. Wenn ihr alle nicht denken, das ist keine Trouble, das ist keine Sache, ob ich stelle ab, für was die Wahrheit ist, und ich sage, meine Familie kommt hin an. Ich glaube, wie das sagt, was Gott hat gesagt, red im Shop, die nicht hängen an wo Gott ist. Lassen Sie nicht die TV, die Telefon, die Internet nicht belehren, die sagen, was reich ist. Dann haben wir viele christliche Videos. Das ist eine biblische Geschichte. Dann können Sie die die kippen, und haben die Tiet im Sudknacken und Spusshammer an der Frinn. Dann wollen wir die Geschichte leiden, die 100% reich aus der Bibel sagt. Da haben viele christliche Videos gemacht, und wir verdrühren, dass das Wort hat, und die Dreh gedreht, von der Antwort hat. Da ist unser Abgo, die Bibel hat sich in die schwaub. Aus Vodasch. Wenn Judas früh ist auf Gott in Hand gesat, dann sagt, halt den, die biete Leute, sprich dem Motel, dann sagt dem , wie du hast gelohnt, du, gib so, animo, du ching ein schwaub. Ob das ist so leichte sei, mit es kann euch schau geholt. Ich kann die Bibel lehrt, und kann euch sin schau geholt, dass die ching ihr von dem auch kong was dann kenne wir nicht. Das wird so luxiert, wenn dort kommt nicht, wenn jahnt und dort. Das ist dollar die was nicht. Wie kennt die Bibel in was ab wo ich habe nicht die Bibel horchen. ich habe nicht dollar bekommen die Bibel. Das sind vier jenen. Das ist responsabilität aufschieben. Das ist ein was Das ist glich. Ich kann die Bibel schicken nicht wendig. Deswegen die weiß nicht. Die koste horchen, koste videos sein, koste wie im frühen wird vertriebsfall erst erhorchen. Deswegen weiß nicht. Die Bibel sagt schock dich an. Du kannst wie die selbst weiten. Ich kann mich nicht entscheiden was ich nicht weite. Wir haben die Bibel durch. Wir haben drei vier verschiedene Bibeln und Sprüchen. Dann kommt wir und fragt die Bibel von dem. Du war ein Schwinn im Prägerfone. Ich hatte den Fohn den Prägerfone. Das wird ich weiß. Das ist so, als wenn ich eine Fähne in die Kau hat. Ich brauche immer den Ubers in der Kau. Ich weiß was die Familie steht vor. Ich kann die Kau vor du und ich war bei was mit. Das ist nicht. Wie pocht man an so Kau. Wenn die Bibel haben Tüß fehlt und sei über den Präger. Präger. Wir sollen die Bibel selbst nehmen und weiten was du bin es. Ich weiß nicht was je beleben. Ich kann mich gewundert besonders die letzte Jorden wo wenig wie die Bibel kann. Ich persönlich habe. Eine Person kam mir und sagte Städter nicht geschrieben in Bibel dort wo die Impfung in Covid und in Schip du nennen du bist immer schlimm geblieben. Städter nicht geschrieben in Bibel? Da ich never heard. Meine Bibel nicht. Der Nächste sagt Städter nicht geschrieben dort wird zweimal tofen hat der war ein schrecklich in Dautan der hat so ihr lieben man Vater gestor oft Gott den Strufen mit dort von Gehört. Aber ein Ding und andere wird eingebaut und wir glauben Dinge wir wollten was die Bibel sagt wir haben die Nähre gelöst das sagt ihr lese die studiere und schraubt die nicht hin an dort die wollten was der rechte war ist und die will uns die nut kungen so dass Jesu hat seine Familie will uns wir nut kungen die zutun was sie nur aber tun der wird die nicht häng von was bringen der wird die von was bringen und die in die frühe in neun bring der wort und der dead wenn die nicht mut will mit flieht uns port den zu Familie top hole zu familie bühen zu familie vorwärts bringen dann fällt ihnen neun woran wenn die schafft und wie sie anstelle die schafft und wir glauben das wort von selts geht ab dort wort nicht von selts alles wort von selts der boi auf wo da boi ab gong da mhat wans anstrengen und mhat wans port dut dung in sprich kapitel 2 in tön ich was saß sag dort lehr dien kind nicht zum versprechen lehr dien kind got dien wird am reichen wach und de wat trik kum do man is old as dan selve king verbazlen sich am lebe de mhat schließlich selts en scherden do dien port dien port den reichen lehr 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 korn lehr 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 korn so wie gebet für die reinen von uns von uns oder gut sind dort wie chern dit seien wo juzua seht wo immer die welt von der sagt aus fur stu wie ab für die gerecht ich seien wo die seien das me und wo die seien und wo ich wollte die bibel sagt in gude lehn und meine familie will beher und kum nicht wenn die dre war die nicht wo schnitt fuhren dann kriegst nicht in trott nume nach wann die nicht wo steht wann ich hoff schnitt kriegst ihnen die kornig sino de we seien dort wo eck u us fuhre dort reich der wach und du wach juk moch katan zi nu de do do tj end do Wenn die Futter debiliert, weiß ich nicht. Die Futter sind ganz leicht. Die Futter sind sehr schön. Das sind große Futter. Und wir merken Fehler, wir kommen zur Karte, wir werden eine Pasta über danach verjüngt. Wir werden eine Pasta überjüngt. 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 Die Futter werden eine Pasta überjüngt. Wenn die Entschädigungen treffen, was die glauben, was andere sind, dann hörst du nur den Futter. Der wählte eine Pasta für dich. Wenn das nicht einmal das Recht ist, wenn das ein Fehlerhafter Mensch ist. Und bei dir, wenn der eine Pasta überjüngt, wenn der Fehler merkt. Denn früh ist, und das stört keine Männer. Sieht nach halb Uhr. Wenn jemand die Bibel lest, und die Welt hängt an die Bibel zu bringen, dann schreibt er nicht drei. Er kann die Nachschild treffen in der Früh. Wenn wir älter hängt an der Früh, der Mann soll man nichts an der Bibel lesen. Und ab eins bekämpft das Mann sich. Diese Früh hat immer geschoben. Das Mann bekämpft sich, und er beginnt die Bibel zu lesen. Und er beginnt die Nachschilden mit der Familie. Dann sagt er früher, ich will nicht ein Prediger. Der soll sich bekämpft, aber ein Prediger will ich nicht. Dann beginnt er einen Tritt her. Und er stört den, schieft den, halbt den. Bring den vorwärts. Wie Männer sind schwache Menschen. Wie Brücken gibt es das Früh. Wenn man die halten, schafft es vielleicht. Und bei Männer, wir können niemals drei beten, und sagen, wenn ich meine Früh nicht kann, ich will meine Früh nicht. Dann sagen wir, und Gott rettet uns in der Regie. Was das nicht getan hat? Das wäre ich, und ich meine nicht mehr. Das war klar. Das war klar, das Früh konnte ich nicht gehen und reden. Und danach habe ich eine Aufgabe gemacht. Und danach, dort wurde ich da, und ich habe mich auf die Hand gestalt, nicht in der Früh. Und danach habe ich das gemacht. Und es ist leicht, lerne ich nicht immer. Schafft es, mein Gott in der Kraft, schafft es. Teil der Familie. Und von dem, in diesem Führerstag, wo er ganz mutig spricht, muss man sagen, wer wird abstoßen für Wunderachers. Die Welt wird alle solche Schwernerien an. Und dort wird eine Heimung gekommen, wenn wir nicht abstoßen. Wir sind schuld, wenn es schwer ist. Das ist wie Wunderer nicht. Das war. Die Kinder wurden geraut, in anderen Schäden, die selbst. Aber während die Nacht liegen sind, das ist ja wie der Lehrer. Ein frühes Haupt, in der Stadt. Und wir haben den Tod bringen. Wir haben die Fäden für die originale Familie. Das kann ich Ihnen diese Geschichte mal neu verteilen. Das wollte ich vorrechnen. Das war vielleicht ein paar Geschichten. Das wollte ich heute nichts. Heute nicht recht. Und heute haben wir eine Lehre. Das wollte Irak in der Ukraine nicht tun. Und dann wollten sie sich auch nicht sagen, wo in der Welt kann ich als größte Mann nicht mehr Frieden haben. Und sie wollten sich bei der Lehre treffen, dass sie kämpft hier, dass sie kämpft hier. Und dann wollen wir Frieden mehr. Und bei dem Moment, was das scheitere ich verhaftet, das sagt, das kämpft mir nicht hin. Weil die hier Frieden mehr haben, von wo ich dann lebe. Und während sie sich hier an der Grenze trafen zum Frieden mehr haben, und diese Soldaten hier sagen, verstärkt die sich durch den Barsch, schreibt hier Mann, schreibt einen von diesen Soldaten dort, dieser Feld da, die hier knallt, und was glauben sie? Sie glauben, wir haben da getan. Und sie schreiten durch, Mann, und ich kriege jetzt wieder. Und sie wollten dort nicht, dass und ihr sagt, wollen sie gut kriegern. Sie wollen Frieden haben. Aber wir werden Träubel merken, wie ihr dort wieder habt. Und das war viermal in der Familie passiert. Zwischen ein paar Lied. Wir bleiben der Früh pergarten. Wie bleiben die Morgen pergarten, die Hänger sind jeden an. Werde wirklich pergarten, wo es dir so tun, die Hänger. Die braucht alles zu werden. Von Anfang an. Von allem einfach an. Wie man uns lernen, die Hauptstadt, die Hänger sind jeden. Und dort sollen, wann er den Fehl nennt, die das. Und nicht immer jeden an uns verhalten, jeden an uns streben. Wir luten uns blicken. De Frühjahr luten sich blicken. Die Mahner luten sich blicken. Die Hänger luten sich blicken. Und wir sind fehlerhafte Menschen. Und wenn wir lernen zu sagen, dass das so tun, gehen uns Fäden, und dann steht das, wie gehen uns Fäden, wie uns töten, dann wird das, wo eine Familie leben, wird Gott geplant und töten bleiben. Aber wir, die Männer, sind verantwortlich. Das letzte Geschichte. Das Futter steht einst um alles ab, hat geschnit, und heute ist wach, man sieht die Fremde, und die Bauer nimmt, das ist nur, und trinkt, ist doch kalt im Schaufenfläch, und wenn du da bist, dann ist das, und wenn du da bist, da ist ein kleiner Junge, kam der dir an, merkte der oben, und ich kam über den Arm, die Frau randt über den Arm. Und wenn wir da lange nicht gehen, da ist sie, und du an der Bauer wieder. Dann sagt der Junge, wo hast du die Hand gefunden, wo wirst du, wo ich bin? Dann sagt der kleiner Junge, jetzt Papa, ich denke, bloß deine Stülpen noch. Du wirst deine Stülpen schnauieren, und du klinkst dich an, und du kriegst es dort, und du denkst, du kommst hier, du kommst, du kommst hier, du kommst hier. Du kommst hier. Woher wollen die nicht hingehen? Verdeube ich jetzt, wenn die wollen, und die nicht stülpen, und wo du die Hand lernst. Wollen die du sehen, wo du die bist? Gedanken, damit nehmen. Vor dem Himmel, ich danke dir von dir aus dem Morgen, dass du uns das Fuhres die Hand gestaltet hast, aus Lehrers, und bei dir hat es eine große Abgebung. Das ist eine Abgebung, was wir lange nicht einmal erreicht haben, wo wir viermalen fehlen, wo wir viermalen zurückkommen, und ich sage, dass wir uns das Fuhres halten, das Fuhres entschieden haben, dass wir in meiner Sicht als Jesu, dort wie in meiner Sicht entschieden haben, Verabdigung, die Familie zu leben, und die Familie konnte nicht vertrauen, ab uns haben, zum Hingeron kommen, zum Hingeron kommen, in Weiten, das der Reich der Weich hat, wie wählen hat, wie haben wir verlangen hat, aber wir haben uns das Fuhres auf die Karte. Für mich ist das Fuhres, dass wir uns das Fuhres für uns das Entschädte getroffen, aus meiner Verabdigung, aus diesem Fuhres von hier wieder ein Dach, ein Dach, ein Werk, ein Monat, ein Jahr zu haben, wo wir die Numen verheirlichen, wo wir die Abstand vertreten, und wo wir die Dinge haben, wo wir die Distraktion sind, bei uns im Leben, zu lieben, in so Abstand, in so verschieden sein, wie es Jesu war, und wir wollen uns sagen, ich werde in Hallen folgen, und dann wird der andere Menschen nach uns sagen, wenn unsere Familie mit vollem Vertrauen hierherum kommen. Aber ich finde, dass wir unsere Familien sehen. Die Familien wird hier von sehen, mit den hellen Gästen, die Familie, das wird hier sehen, wird vielleicht ströcheln, wo die Eheleben vielleicht ist, wo die Familie vielleicht ist, wo die Familie nicht gehörsam sind, wo wir die Gäste sehen, wo wir die Gäste sind, und das wird die Gäste so dich spüren, und nicht jeden dienen Läubchen, wenn das Familienleben wird geboten, hat. Stahl die Dinge getragen, das letzte Vier im Olden Testament seht du dein Verlangen via dort vor und sehend zum Mütter und da war in der Tübkung und das von dem nach dort. Wir sehen in jeder Familie was hier ist und in seiner Familie sehen mich in den Hüchel genommen dass die Familie ist und die Welt wird sein dort auf diesem Wach die zu folgen ist ihr das Wohre Gleck das Wohre Seilichhet und das Wohre Familie leben in Jesus in Amen Menschen Wir kommen hier alle sind das Marius Taub Klack nähen dort ich zum Kaffee trinken spazieren in Gemeinschaft haben nur dort haben wir Gäude Leben in eine Botschaft wo praktisch ist wo dein Leben sehen in die Maut geben Dann wir die Obergsaya an Lüten Porte sind von unseren Lebensgruppen Das sind kleine Gruppen wo wir durch den Weg kommen hier merken wir persönlich hier kommen wir taub zum beten zum spazieren zum lachen in Gäude Gemeinschaft haben Wenn die Frenn fehlen und die Wurscht gleich importe sein von so einer Gruppe als das dann fuhren uns nicht das Nummer was hier euch angegeben ist oder schriebe uns an Whatsapp oder besiege uns an web page www.levensturek.com uns hier entscheid dass wir keinen Port sein von der